Und alles sehr verschlossen. Und wir haben das B hinzugelernt. Sehr gut. Das ist der letzte Hall. Jetzt! Let's go find Hedgell! Schweb, 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 schweb. Faszinierend, dass wir uns so einfach hier herumbewegen können. Oh gut. Ist ja Praktisch. Hier müssen wir die Welt retten, ne? So. Ach, das ist ein langer Weg. So, wo ist jetzt... Wie komm ich jetzt da hin? Schwan, antworten. Muss ich hier lang? Aha. Guck mal, Loom Island. Sehr gut. Schnell, bevor es zu spät ist. Um Gottes Willen. Oh, ist das, der Schmiedegilde geworden ist. Schnell, schnell, schnell. Erricht mich oder läuft auch schneller als sonst? Okay. Erricht mich. Halt dich, Bobbin. Halt dich bereit. Du musst die Lübe nicht wegnehmen, jetzt bevor Chaos beherrscht. Was? Wie? Ich weiß nicht, was Draft zu benutzen. Die Kinder und Kinder haben keine Arbeit mit dieser Macht. Die Weavers sind diejenigen, die das Recht haben, um diese Macht zu benutzen. Die Besten hat dich verletzt, jung Threadbeer. Denn du selbst wird weitergehen, um deine Gilderien zu anderen zu verletzen. Ich begrüße dich, um meinen neuen Empire zu verletzen. Ich? Du? Verletzen? Natürlich. Ich wünsche dir deine vollen Zusammenarbeit in diesem historischen Gespräch von guten Willen. After all, anything else may bring harm to our relationship. Don't listen to her, Bobbin. Heed me now. Here are the threads that will unmake the loom. Silence. Hatchel, sag etwas, bitte. Ich brauche diesen Draft. Enough. I lose patience in the presence of inferior beings. You will now instruct me in the use of this fascinating instrument. Over my dead body. Preference note. Hatchel. Oh Gott, sie sieht so traurig aus. Big moves, but there is nothing, not a sound. Oh, der loom. Der loom muss das aufgefangen haben. Hatchel. Hatchel, schnell. Sprech wieder mit mir, Hatchel. Oh, thank goodness. Now, Bobbin, quickly. The threads you need are... Ducks are meant to be eaten. Not heard. Now, I believe we were discussing the secrets of the loom. Oh mein Gott. Gut, dass der loom alles aufhängt. Also. F. B. F. Wobei sie echt lecker aussieht. Uh, close your eyes now, Bobbin. But keep your ears open. Here descends the third shadow. That bird has annoyed me once too often. B. B. Now, meine verehrine oppositeятся, where sind wir so przyrrecklich��. chambers sie 스chten? Eine Lacken decirung. Und sie ihn hatet. Und sie hat. Ich ver sage es. Ich werde sie als ein Souvenir unserer Vito-Lane-Karater halten. Ich will diese Kugel! Gib sie mir! My, my! Imprudente, nicht wahr? Ich empfehle dich nicht, dass du dich zu nahe. Ich empfehle dich, junger Mensch! Deine Weider-Magic beginnt, mich zu touchen. Hm, das funktioniert nicht. Aber wir können dasselbe auf den Webstuhl anwenden. Wir sollten ihn schließlich vernichten. Bobbin! Bobbin, du hast es geschafft! Die Weider-Magic beginnt! Du wunderschönst! Du wunderschönst! Du wunderschönst, was du gemacht hast? Niemand von uns kann über diesen Wissen, hast du Weider-Magic, Herr Bersow blöden? Du wunderschönst! Du wunderschönst! Du wunderschönst! Du wunderschönst! Du wunderschönst! Du wunderschönst! Komm, Loonchild. Es ist Zeit für uns zu beginnen, unsere Destinies aneuer. Und jetzt lernen wir endlich die letzte Note. Wir haben Chaos... ...plan vereitelt. Und... ... jetzt wird es Zeit zu gehen. Und jetzt wird es Zeit zu gehen. C... F... G... C... Und meine Augen sind kurz rot geworden. Geht weg, wenn du, jung Threadbear. Und wissen, dass wir wahrscheinlich wieder zu treffen. Ich bin bereit, Mutter. Los geht's. Jetzt nehmen wir den Stoff... ...des Universums mit. Illustrated by Mark Verbarri. Sehr schön. Characters designed and animated by Gary Winnick and Steve Purcell. Musik von Tchaikovsky. Einfach schön. Richtig, richtig schön. Ja, das hat jetzt... Fast... Nur fast drei Stunden gedauert. Wahnsinn. Hätte nicht gedacht, dass es so schnell durchgeht. Ähm... Ja, ich hoffe, euch ist nicht zu langweilig geworden zwischendrin. Wie gesagt, das ist mein erstes Let's Play. Ich bin da noch überhaupt nicht gewohnt. Übrigens, tolle Arbeit auch von den Synchronsprechern. Es ist einfach unglaublich schön. Und es hat unglaublich schön zu den Charakteren gepasst. Und ähm... Donada Peters. Die Drachendame. Richtig gut. Ähm... Lauren Jones als Chaos. Auch schön. Und Lauren Jones war auch Cygna. Also, sehr interessant. Ähm... Ja... Wie gesagt, ein wunderschönes Spiel. Ist auf Steam verfügbar. Ähm... Ist auch sehr günstig. Ich glaub, 5 Euro oder so. Ungefähr. Ähm... Es ist auf jeden Fall noch ein ganz anderes Spielerlebnis, wenn man es selber spielt. Wie bei vielen Point-and-Click-Adventuren. Und ähm... Sind wir doch relativ gut durchgekommen, ne? Ach, die Musik ist so schön. Und äh... Ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Special thanks to Josh Lucas. Auch von mir. Ähm... Für dieses wunderschöne Adventure. Jetzt warten wir noch ein bisschen. Bis wir durch sind. Wie gesagt, ich hoffe, ihr habt euch nicht zu sehr gelangweilt. Ähm... Sagt mir einfach, wenn euch was nicht gefallen hat, was euch gut gefallen hat. Weil ich will mich auch verbessern. The End. Also... Vielen Dank fürs Zusehen und ähm... Bis zum nächsten Mal. Ciao.